Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, das habe ich nach der eigentlichen Aufnahme aufnehmen müssen. Es war ein ziemlicher Eck, da nochmal hinzukommen. Es war nicht unbedingt spaßig, es war nicht unbedingt schön. Und es war definitiv nichts, was ich nochmal machen möchte. Ich entschuldige mich jetzt auch nochmal dafür, auch wenn ich es in der Folge danach gleich ganz, ganz oft tue, dass ich in dieser Folge sehr, sehr gefrustet sein werde und deswegen sehr, sehr viel schimpfe. Ich glaube, ihr werdet verstehen können, wieso. Und jetzt genießt einfach etwas. Und wir hören uns, sehen uns gleich wieder. Als Soraya nach Pelikan kam, wusste niemand, ob sie in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Soraya, wie jeder einzelne von uns, ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen... ...Sommertag Soraya und Harvey zu vermählen. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Soraya, Harvey, als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehrensiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Oder Frau und Mann. Ihr dürft euch jetzt küssen. Yay, Hochzeit! Ist das nicht wunder, wunder, wunderschön? Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Und genau das hatte ich nicht aufnehmen können. Wie ihr gleich ganz, ganz oft hören werdet. Es tut mir super, super leid, dass ich in der Folge sehr gefrustet bin. Aber ja, ich bin gerade sehr, sehr froh. Ich habe mich zu diesem Punkt nochmal hin, ich muss es so sagen, gecheatet, damit ich mit euch zusammen die Hochzeit sehen konnte. Und ab jetzt geht es wieder nochmal weiter. Und ich verspreche, ich schimpfe und flug auch nur die eine Folge, denn danach, jetzt bin ich ja wieder glücklich. Aber in dem Moment hatte ich nicht dran gedacht, dass ich einfach ein bisschen morgeln könnte. Okay. Also genießt den Rest der Folge, sofern man das mit einer schimpfenden und motzen und meckernden Soraya kann. Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen. Und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin traurig. Nein. Ich habe gerade... Ich wollte das aufnehmen und ich habe ja eigentlich unterbrochen, weil ich mir was zu trinken holen musste, weil mein Hals ja immer so rau wird zur Zeit. Und dann war gerade die Hochzeitsteremonie und jetzt... Ich habe dann schnell... Ne? Alt F4. Aber es ist weg. Aber ich spreche mit mir. Ich spreche nicht mit mir. Da war die Hochzeitsteremonie und ich kann sie euch nicht zeigen. Oh, das ist so unfair. Ich bin gerade sehr, sehr traurig, weil ich euch die nicht zeigen kann. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Oh, das ist so doof. Das ist so unglaublich doof. Warum kann ich... Man, oh. Ist das gemein jetzt. Okay, scheinbar hat sich Harvey hier ein Arbeitszimmer eingerichtet. Einen kleinen Funkraum und... Wir haben geheiratet. Yay. Ich glaube, heute ist trotzdem der Luau und davor war das. Und da stand nicht, dass es gespeichert hat. Und deswegen dachte ich eigentlich... Yay. Ich kann euch das zeigen. Oh Mann. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so unglaublich enttäuscht. Und sauer gerade auf mich selber, weil ich das nicht aufgenommen habe. Also ich bin gerade... Ich bin gerade wittig. Ich bin... Ich bin stinkig auf mich. Das... Ihr könnt euch das, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, aber... Ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob ich die Folge noch aufnehmen möchte. Oder ob ich jetzt einfach zu... Zu salty gerade bin, weil mir das alles so ein bisschen... Ich habe mich so darauf gefreut. Und ich dachte... Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade gequiet habe. Ich dachte, yay. Alles super. Oh, wie schön. Ja, Pustekuchen, ne? Ach Mann, oh. Ich hätte euch das so gerne... Es war so süß. Es war so unglaublich putzig. Mann, oh. Und das Schlimme ist... Ich kann es doch einfach nicht nachholen, weil ich habe nur diesen einen Spielstand. Also ich spiele nicht nebenher noch parallel drei andere Charaktere, dass ich irgendwie sagen könnte, okay... Ich... Und natürlich habe ich jetzt kein Backup davon gemacht, davor, ne? Weil ich Kluck bin. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so unglaublich ärgerlich gerade. Ich... Ich rede mich da gerade tatsächlich drüber auf. Und zwar so richtig. Hätte ich die letztes Mal auch schon ernten können? Kann das sein? Ach, ist das blöd jetzt. Ich meine, ich bin unglaublich happy, dass Harvey jetzt da ist, aber... Ich wollte natürlich... Oh, meine Melonen sind auch fertig. Ist jetzt heute überhaupt das Wow? Oder war das jetzt so, hey, Hochzeit, das Ding ist ausgefallen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist irgendwie alles gerade ganz komisch. Ganz komisch und ganz blöd, muss ich sagen. Ich bin sehr unzufrieden damit. Das ist irgendwie blöd gemacht, dass wenn man da irgendwie diese Zeremonie unterbricht, dass man die dann nicht nochmal sehen darf. Das ist... Ich hätte euch das so gern gezeigt. Das war so... Okay, kann man jetzt auch nichts machen. Wir sind verheiratet. Ihr habt es leider nicht gesehen. Ich finde das extrem blöd. Also wirklich, ganz extrem blöd. Aber ich kann es halt leider auch nicht ändern. Ich schmeiße heute jetzt einfach eine Melone ins Wow oder eine Milch oder sowas. Ich weiß es nicht. Ach, Mann. Ich weiß halt wie gesagt auch nicht mal, ob das Wow heute stattfindet. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke mal eben kurz... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich drücke mal eben kurz Pause. Ihr müsst mir erlauben, dass ich diese Folge sehr unzufrieden bin mit allem. Und ich habe auch nicht... Weil das Problem ist, es startet ja immer hier draußen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das halt das Problem war. Wegen diesem blöden Bug, nehme ich an. Das ist am Morgen das Wetter. Klar und sonnig. Marsa gesagt, die Geisen heute neutral sind. Ja, Leben vom Land. Ab morgen wird angeblich eine unüblich hohe Menge an Muscheln und Korallen an die Strände der Welt gespült werden. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, dass es irgendetwas mit der Paarungszeit der Krabben zu tun hat. Jedenfalls kannst du gutes Geld verdienen, wenn du dich ein wenig an eurem örtlichen Strand umsiehst. Aha. Ja, das ist aber ganz toll. Nicht? Oh, Mann. Oh, ich bin gerade so sauer. Und wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das Wow heute stattfindet. Wenn ja, nehme ich irgendeine Milch mit einer großen Ziegenmilch oder so. Oder einen Ziegenkäse oder ich weiß auch noch nicht. Ah. Ja. Das ist echt blöd. Wenn ich das vorher gewusst hätte, weißt du? Dann hätte ich einfach die Aufnahme weiterlaufen lassen und hätte danach kurz pausiert. Das ist scharf. Andere mal. Und hätte danach kurz pausiert. Und wenigstens meine Schweine meinen es gut mit mir und geben mir ganz viele Trüffel. Ach, Mann. Das tut mir so unglaublich leid. Ich meine, warum spielen wir das denn immer alles zusammen? Wir spielen es ja, um sowas zusammen dann auch zu sehen. Und dann schaffe ich doore Cools, dass man es nicht sieht, weil ich mir was zu trinken hole und denke, oh ja, wir können hier aber gleich nochmal gucken. Aber ich habe auch wirklich gedacht, unsere Hochzeit wäre einen Tag spät. Ich habe das irgendwie total durcheinander gewartet. Ich dachte, die wäre dann am Tag nach dem Luau. Und ehrlich gedacht, hätte ich auch nicht gedacht, dass das Luau dann trotzdem... Ich hätte halt gedacht, sowas wie die Hochzeit, das wird eben, dass es ein dynamisches Event ist. Weil ich meine, wann immer ich ihn frage, sind es wohl drei Tage später. Und dann hätte ich halt gedacht, ja gut, wann auch immer das dann ist, dann wird er halt hinterher... Ach, danke schön, Iridium. Oh, Mann, ist das blöd. Ist das doof. Lieber Entwickler, das ist doof gemacht, ganz ehrlich, dass das speichert, obwohl ich bei der Zeremonie praktisch unterbreche und unten kein Spielbild gespeichert dasteht, das finde ich absolut dämlich. So. Wenigstens meine Schweinchen meint es heute echt verdammt gut mit mir. Vertuffel, die mir einfach ausgraben. Die merken, dass ich gefrustet bin, die wollen mich trösten. Finde ich sehr lieb von ihnen. Weiß nicht, ob es funktioniert. Eigentlich nicht so wirklich. Ich bin zutiefst unglücklich. Es ist ja nicht nur dieses, ich hätte euch das gerne gezeigt, das natürlich auch, aber das ist ja auch so, ich hätte das lieblich gerne selber aufgenommen, damit ich es mir wieder angucken kann. Das ist so, oh. Es war so süß. Ich hasse es. Ich bin gerade echt nicht happy. Ich bin gerade echt krummelig. Ich habe gerade, ich muss es gerade tatsächlich auch zugeben, ich habe gerade nicht wirklich Lust. Also der einzige Grund, aus dem ich jetzt hier schön weitermache ist, weil es einfach, wenn ich nicht weitermache und es hinter mich bringe, dann bin ich jedes Mal gefrustet, wenn ich dieses Spiel starte. Aber im Prinzip bin ich gerade eben, ich habe gerade nicht wirklich Lust. Das sind solche Momente, wo ich mir dann denke, alt F4 und das Spiel mal wieder zwei Monate nicht angucken. Könnt ihr das nachvollziehen, dass ich gerade echt gefrustet bin? Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch dann immer nur mir so und ich bin dann halt echt so eine Mimose. Aber mir macht das gerade echt was aus. Also ich finde das echt total doof. Ich lasse die Zeit mal weiterlaufen, weil... Ach genau, ich wollte ja, falls es Luau ist, wollte ich ja irgendwas... Ich weiß, wie gesagt, nicht mal, ob das Luau da ist. Keine Ahnung. So, was schmeißen wir da rein? Ziegenmilch. Passt schon. Komm her, Pferdchen. Wir gucken mal, ob das blöde Luau heute ist. Ach man, nur. Ich hasse. Ich bin so gefrustet. Wenn das Luau jetzt ist, klicke ich das einfach nur weg. Ich rede da mit keinem. Ich habe keine Lust auf das Fest. Ich bin nicht in festlicher Stimmung heute. Geht alle weg. Geh weg. Luis, du bist schuld. Du hast uns getraut und hast mich das nicht nochmal angucken lassen. Das blöde Luau ist. Ja, ich schmeiße da jetzt nur was in den Topf und dann gehen wir wieder. Es tut mir jetzt furchtbar leid, dass es echt so ist. Ja, 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 rein mit dem Sch... Mit dem Zeug hier. Ziegenmilch rein. Ja, ja. Passt schon. Wo ist mein Ehemann? Wenigstens mit dem möchte ich sagen, dass ich echt schlechte Laune habe. Harvey, tröste mich. Oh je, ich habe Sand in meinen Sacken. Toll. Ich bin fertig. Wir können essen. Ich habe keine Lust auf das Fest. Hier. Ja, ja. Zücken der anderen. Ach, ist mir jetzt auch egal. Leck mich doch. Ja, ja. Ich habe was in die Suppe gegeben. Sollen wir mit dem... Ja, lass uns anfangen. Ich will es hinter mich bringen. Ich habe keine Lust auf dieses Fest. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, das ist nicht fair dem Spiel gegenüber und alles. Aber es ist halt wirklich... Es ist so doof. Ja, Überraschungszeremonie. Ja, qualitativ hochwertig. Ist das Ding. Wird schon schmecken. Ah, Manu. Natürlich. Ich habe mich nur ein ganzes Jahr darauf gefreut. Ist. Du hast mir die Hochzeit versaut. Heute sollte mein Hochzeitstag sein und dieses blöde Fest. Beziehungsweise morgen sollte das sein. Wie geht es überhaupt, dass ich vor dem blöden Fest noch geheiratet habe? Ach du meine Güte. Das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Es ist aber super. Ach, Manu. Ich bin so gefrustet. Sie haben recht. Sie schmeckt... Ja, das ist wunderschön. Können wir jetzt bitte weitermachen? Wundervolle Arbeit. Nein, danke. Ehrlich? Nein, danke. Hatte ich... Nicht übertrieben. Ja, das ist super. Zeit nach Hause zu gehen. Nein, eigentlich nicht. Oh Gott, ist das nervig. Tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid, dass ich gerade... Ich verspreche, in der nächsten Folge werde ich nicht mehr die ganze Zeit schimpfen und fluchen. Aber diese Folge gesteht es mir bitte zu, dass ich echt schlechte Laune habe. Weil das wirklich... Ich finde, es ist wirklich... Es ist einfach dämlich gelaufen. Weißt du, ich gucke mir das an und ich freue mich. So, gleich kann ich euch das alles zeigen, weil es so wunderschön ist und total toll und... Und dann beschließt das Spiel so, nö, du warst dumm, du hast die Aufnahmen nicht weiterlaufen lassen. Du musstest ja was trinken, du Mensch, du, der Bedürfnisse hat. Also es tut mir jetzt furchtbar leid, wenn ich die Folge halt echt ein wenig gefrustet bin. Komm, ich will irgendein blödes Ei hier, schmeiß das rein. Und dann nehme ich da noch das und eine Zeitung dazu. Also es tut mir wirklich leid, ich will natürlich eigentlich nicht die ganze Zeit vor mich hin fluchen. Das hat weder das Spiel verdient, noch habt ihr das verdient. Aber vielleicht könnt ihr verstehen, dass ich gerade wirklich, wirklich gefrustet bin. Und eigentlich das Einzige, worauf ich mich jetzt freue, ist, dass ich eventuell gleich mit Harvey in einem Bett liegen darf. Und ich könnte Kristallboden herstellen, aber darauf habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust. Ich bin allgemein unzufrieden. So, ich weiß auch nicht, wo er genau schläft. Ich habe keine Ahnung. Fünf, so. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann nur hoffen, dass einfach der nächste Tag total nett wird. Ich will dich doch gar nicht. Ich will nicht kochen, ich werde in den blöden Kühlschrank... Nein. Lass das. Ich will einfach nur in diesen blöden Kühlschrank. Dankeschön. Für den nächsten Tag gleich. Na, liegt Harvey schon im Bett? Ja, Harvey liegt schon im Bett. Immerhin etwas. Guck mal, hallo Harvey, wir schlafen jetzt. Ja, wir schlafen jetzt. Der Bug ist immer noch da. Er regt mich auf. Ich muss rausfinden, warum dieser Bug da ist. Ja, ja, ja. Ist mir jetzt egal. Geh weg. Ja, passt schon. Ist mir alles egal. Hier. Dein Vortritt wurde gespeichert. Danach kam die Zeremonie und ich dachte mir so... Oh, wie schön. Kann ich gleich starten und dann startet der Tag von vorne. Aber Pustekuchen. Ja, ja, ja. Ist mir jetzt egal. Geh weg. 500 Gold. Ist mir egal. Wo ist mein Harvey? Mano. Und immer starte ich hier draußen. Es... Oh, es ist... Hi, Harvey. Redest du mit mir? Ja. Ich hatte Angst vor dir, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist lustig, darüber nachzudenken nach all der Zeit. Okay, das ist wenigstens süß. Hier. Oh, okay. Wir können den Wesen küssen. Das ist schön. Wir vertrauen in die Menschheit und in das Spiel wieder ein bisschen hergestellt. Das Problem ist, ich kann euch ja nicht mal ein Bild davon zeigen, weil ich blöde Nudeln keinen Screenshot gemacht habe. Weißt du? Mano. Es ist Freitag. Es ist alles schön. Ich weiß nicht, ob wir Kinder zeugen. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich versuche, meinen Frust wieder runterzuschrauben. Okay? Versprochen. Ich versuche, meinen Frust wieder in den Griff zu kriegen. Ich habe gestern natürlich auch kein Saatgut mehr kaufen können, wegen dem blöden Wow. Dankeschön. Dafür auch spielen. War ja auch nicht nötig. Es tut mir leid, dass ich den Wow jetzt einfach eiskalt übersprungen habe, sozusagen. Das ist hier. Weg damit. Aber kennt ihr das, wenn irgendwas euch wirklich, wirklich piezt und ihr dann einfach auch nicht mehr wirklich eure Frusttoleranz dann einfach mal wirklich weg ist und ihr dann einfach nicht mehr wollt, ja? So geht es mir jetzt gerade in etwa. Dann können wir wieder Radieschen anbauen. Ganz toll. Unten haben wir auch Samen, Blaubeeren. Oh, das war eine uralte Frucht, die es aussah. Eine Sternfrucht? Wow. Habe ich die denn hergehabt? Oh, Blaubeeren finde ich super. War eine Zeit lang unser Nummer 1 Essen, wenn wir in irgendwelche Minen gegangen sind. Also ich muss Radieschen und Melonen theoretisch neu kaufen und das war's. Radieschen und Melonen. Ich verspreche es, in der nächsten Folge rege ich mich nicht mehr auf. Ich entschuldige mich auch sehr dafür, dass ich mich jetzt gerade die ganze Zeit total aufrege, aber es ist wirklich frustrierend. Ich glaube, das kann man auch als Zuschauer gerade nachvollziehen, wenn ihr wisst, dass ich mich eigentlich... Ich meine, ich habe darauf jetzt zwei Jahre, zwei Ingenjahre, drei Jahre hingearbeitet, dass ich Habe heiraten kann und dann, ja, dann kann ich es euch nicht mehr zeigen. Das ist echt so... Ja, komm weg mit dem ganzen Quark. Ich habe keine Lust, das aufzuheben. So. Die Dinger kommen auch hier rein. Bitteschön. Und jetzt kann ich hier oben gleich eine... Ja, Kätzchen wird gleich gestreichelt. Auf deinem Rücken trage ich das sicher nicht aus, meine kleine Katze. Was wäre ich für ein schlechter Mensch, wenn ich dich nicht streichle? So. Mal das hier mitnehmen und dann tun wir da gleich ein Ei rein. Nehmen wir das Zeug hier mit und dann tun wir da gleich ein bisschen Müll wieder rein. Ja. Ich habe übrigens komplett gerade... Nein, 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 da machen wir zu. Komplett auch vergessen, dass ich... ...dass ich auf den Fernseher gucken wollte. Oh, Mann. Okay, Lektion gelernt. Und Lektion gelernt für die ewig Zukunft in diesem Spiel. Ich werde die Aufnahme nicht mehr beenden, bevor der nächste Tag nicht angefangen hat. Und ich beginne einfach dann jeden Tag erst an einem Punkt, wo ich mir zu 99,9% sicher sein kann. Dass ich dann irgendwie... Ja. Dass es mir nichts wegnimmt, was ich irgendwie... Ach, Mann, oh. Dankeschön. Ihr seid liebe Schweinchen. Ihr bringt mir immer Trüffel. Ihr seid meine Lieblingstiere gerade neben den Häschen. Die Häschen sind weich und flauschig. Der Rest kann mich gerade echt mal... So. Besonders die Lamas, die nur alle paar Tage mal Wolle abgeben. Die Ziegen mal zuverlässig alle zwei Tage. Vor allem... Warte, denn Ziegen... Als der Ziegen... Ziegenbolle kann... Äh, Milch kann ich wenigstens Käse machen. Was ich... Wofür ich Stoff mache, weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum ich Schafe habe. Ja, ich bin jetzt gefrustet und lasse ich meinen Schafen. Aber im Ernst, ich muss mal gucken, wofür ich Stoff benutzen kann. Ob ich den einfach nur verkaufen soll, weil... So ein bisschen bin ich sonst tatsächlich unzufrieden und überlege gerade, ob ich meine Schafe nicht wieder verkaufe und stattdessen einfach Kühe. Oder nochmal zwei Schweine mehr anschaffe, weil... Das theoretisch sehr viel sinnvoller wäre, glaube ich. Also jetzt mal rein vom wirtschaftlichen Standpunkt her sind meine Schafe, glaube ich, dass... Meine Lamas... Das am wenigsten sinnvolle, ähm... Sinnvolle Getierchen hier auf meinem Hof. Okay, das stimmt nicht. Ich habe Hasen. Die... Die unregelmäßigen Fell... Äh, Abständen auch so mal ein bisschen, ähm... Ein bisschen Fell abwerfen können, aber... Und zwei blöde Fackeln, juhu. Es ist so... Warum überhaupt? Ich verstehe es übrigens auch wirklich gar nicht, weil... Es hat ja nicht mal gespeichert danach, offiziell. Da stand nichts von wegen Spiel wurde gespeichert. Das war einfach nur, zack, ich bin fertig. Oh, Milch, Milch. Die Milch ist genauso frustriert wie ich, wir kriegen mehr schlechte Milch als sonst. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch doof. Ist mein Harvey jetzt eigentlich im Haus? Ich weiß es gar nicht. Aber den Tag werde ich tatsächlich schnell... Wie gesagt, ich werde garantiert nächstes Mal weniger frustriert sein, auch weil ich mich dann schon wieder ein bisschen dran gewöhnt habe, dass der ganze Mist hier passiert ist. Aber für heute bin ich einfach mal ausnahmsweise sehr frustriert und nett. Heute bin ich einfach mal wirklich, was das Spiel angeht, echt schlecht drauf. Oh, ich muss unbedingt noch meinen. So. Blöde. Ich sollte theoretisch wirklich... Oh, oh, ich habe nicht... Hoppala. Oh, entschuldige meine Kleine. Wie ist das passiert, wenn man irgendjemanden... Wenn man hier nicht reinguckt. Die war bestimmt vorher gerade im Stall oder ich war einfach blind. Kann auch sein. Okay, dann tun wir jetzt die Sachen hier wieder weg. Zack, zack. Ja, ich höre die Musik. Ich möchte sie nur... Och, Manno. Manno. Jetzt muss ich mal ganz... Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Was war das Letzte, wo ihr so richtig miese Laune von bekommen habt und euch gedacht habt, F you. Ich schmeiße alles hin. Ich habe keine Lust mehr. Mich... Das Problem ist, ich bin jemand, der Rage quittet, wenn irgendwie dem Spiel was schlecht läuft. Ich glaube, dass... Da ist mein HW. Oh, ich bin nicht gelangweilt. Ich genüße nur, was wir hier haben. Okay. Es ist ein einfaches Leben, aber ich mag es. Oh, das ist schön. Ah, ja. Und dann kann hier rein. Die anderen Dinger verkaufe ich dann einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. HW darf das genießen, so viel er möchte. Wer, wenn nicht unser HW darf das? Okay, weg, weg, weg. Und die Dinger verkaufen wir auch. Okay, komm her, Pferdchen. Ich möchte irgendwie den Tag hinter mich bringen. Oh, Mann. Ich werde jetzt... Ich sage das erst mal ganz direkt. Ich werde jetzt ein paar Tage Aufnahmepause machen. Und werde dann wirklich kurz vor knapp vermutlich erst wieder aufnehmen, weil ich wirklich jetzt erst mal irgendwie... Louis, du... Du... Ganz ehrlich, wenn heute jemand Geburtstag hat, hat er Pech gehabt. Ich verteile euch keine Geschenke. So. Aufgabe gibt es auch nicht? Nein. Ich nehme eine Ablenkung von meinem Frust. Nicht mal das gönnen sie mir. Ach, Mann. Es tut mir ehrlich leid, dass ich so gefrustet bin, aber es ist so... Ach. Ich habe nicht mal einen Screenshot davon, wisst ihr? Ich habe nicht mal einen Screenshot. Weil ich dachte so, ja, du kannst es ja gleich nochmal sehen. Das wird schön. Ich muss jetzt keinen Screenshot davon machen, wie eine Bekloppte. Das geht schon. Sollte nicht erst ab morgen der ganze Strandfolge... ...klastert sein mit Muscheln. Oh, Mann. Nicht mal das. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie aus dem Internet einen Screenshot von der Hochzeit nehmen. Das deprimiert mich dann nur noch mehr, wenn ich das jetzt als Thumbnail nehmen würde. Vor allem, weil ich würde das total... Also ich fände das total doof, als wenn ich jetzt sowas angucke, mich auf die Zeremonie freue und dann sehe... Oh, die sehe ich aber nur im Thumbnail, weil die komische Person da vergessen hat, das aufzunehmen. Wobei, ich habe es tatsächlich nicht vergessen. Ne? Ich habe ganz normal den Tag beendet. Ich muss... Also, weiter habt die Aufnahme beendet, wie an jeder Stelle. Dann startet ja automatisch der nächste Tag. Und da war es dann halt schon irgendwie passiert. Und dann dachte ich mir, gut, Alt-F4, das Spiel neu starten, hat ja nicht gespeichert. Tja, hat er wohl scheinbar doch. Und der ist nicht da. Dann danke, danke. Weiß ich nicht mal, ob ich jetzt meine Spitzsacke wiederbekommen würde. Den Fernseher muss ich nur anschmeißen. Ich weiß gar nicht, was wir heute jetzt machen sollen. Ich bin so frustriert. Mit wem könnten wir denn jetzt reden? Ich gehe, glaube ich, in Salud und betrink mich einfach gleich. Es ist Freitag, wir gehen einfach dahin und betrinken uns. Es ist auch mein Headset verrutscht, danke schön. Wir betrinken uns gleich einfach eine Runde. Das wird schon. Ich räume erst meine Sachen aus und dann... Wir haben keine Aufgaben. Nein, wir haben keine Aufgaben. Ich muss auf jeden Fall warten, bis ich meine... So. Die Muscheln werde ich... Warum habe ich eigentlich Austerngute aufgehoben? Na, ist ja eigentlich auch egal. Das habe ich aufgehoben. Die Regenbogenmuschel würde ich theoretisch auch eine gute... Ach, weißt du was, ich hebe das jetzt einfach alles auf. Passt schon. Mein lieber Harvey, kann ich mit dir eigentlich irgendwas machen? Kann ich mit dir irgendwas unternehmen? Oder bist du einfach nur... Da ist ein bisschen Schlafzimmer. Hi! Nein, mit dir kann ich jetzt nichts. Okay. Hier ist sein Funk. Kann ich das hier wenigstens neu machen? Der Boden sieht so rattig aus. Also der Boden sieht echt ein bisschen ranzig aus. Kann ich ihm sein Zimmer auch neu gestalten? Oder zumindest würde ich ganz gerne die Tapete... Weil er zwischen... Ich würde ganz gerne den Boden. Was haben wir denn nochmal im Schlafzimmer für einen schönen Ort? Das ist ja dunkelblau, oder? Ich würde gerne versuchen, ob ich den Boden bei ihm ein bisschen schöner machen kann. Und zwar in einem hübschen... Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Boden? Da können wir auch die... Das Zwischenstück in der Farbe machen. Und seine Wand... Ja gut, das Weiß ist jetzt auch nicht das Tollste, ne? Aber vielleicht habe ich irgendwie eine schönere Tapete, die gut aussieht. Sie soll natürlich auch zu Harvey passen. Das heißt, es wird jetzt nicht meine pinke Mädchen-Tapete fürs Schlafzimmer, aber vielleicht auch einfach irgendwie... Was haben wir denn da Schönes? Vielleicht das Rote hier. Wäre das nicht schön für den Funkraum? Rote Tapete. Ich probiere erstmal, ob ich hier den Boden austauschen kann. Das geht nicht. Und hier auch nicht. Ja, dankeschön. Toll. Hier kann ich auch nicht... Ach Gott. Das sieht halt hier so doof aus mit dem Übergang. Kann ich nicht wenigstens hier... Ich möchte aber gerne hier... Okay. Schmeißen wir das Zeug halt weg. Alles klar. Na gut. Harvey, mach dir einen schönen Tag, mein frischgebackener Ehemann. Ich betrink mich jetzt im Salud. Irgendwie muss man den Tag ja rumbringen. Ah Gott. Ich werde wirklich ein paar Tage eine Aufnahmepause machen, sonst... Sonst bin ich viel zu frustriert dafür. Und das Problem ist halt... Bei My Time at Porsche ist es zum Beispiel so, dass das Spiel immer ein paar Tage speichert. Das heißt, ich könnte einfach zurückgehen... Den... Zehnten nochmal neu spielen, dann den Elften... Und könnte das dann alles nochmal praktisch durchleben. Und das geht hier eben zum Beispiel nicht. Und das finde ich ein bisschen sehr schade. Könnte ich hier irgendwas machen? Gibt es hier irgendwas... Gibt es hier irgendwas... Es irritiert mich, dass hier dieses Händchen ist zum irgendwas mit Interagieren. Es irritiert mich total. Ich weiß nicht, warum das da ist. Was ist das hier? Junimo Card. Ja gut, warum nicht? Progress Mode, komm. Das haben wir, glaube ich, noch nie... Äh, wie spiele ich das denn? Ah, okay. Ähm. Okay. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding hier spielt. Spielen wir halt ein bisschen Junimo Card. So, hüpfen. Wie soll das denn gehen? Hm? 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 Okay, das ist ein kleines, ähm, Rennspiel. Alles klar. Gut, so kann man auch die Zeit vertreiben, ne? So, hier runter bitte über dem Ding. So. Möglichst auf der obersten Ebene bleiben, sonst fallen wir zwischendurch runter, wie es scheint. Okay, das hat gerade so noch funktioniert. Okay. Okay. Ah, wir haben scheinbar eine Stage geschafft, wie es aussieht. Alles klar. Na gut, machen wir halt ein Minispielchen. Geht auch. Kann man auch mal machen. Spielen gegen den Frust. Kämpfen wir vermutlich alle. Einfach mal mal, wenn wir so ein bisschen... So. Oh, da hatte ich aber Glück, dass es gut gepasst hat. Hm. Okay. Okay, ja, da können wir einfach so fahren, das passt schon. Hier muss ich wieder springen. Und jumpy. Und jump. Oh je, das wird... Ja, das, ähm... Hallo? Ja, wie soll ich da denn schnell genug hochkommen, sag mal? Okay, die zweite Stage haben wir geschafft. Habe ich jetzt wieder drei Leben oder fängt es jetzt wieder tatsächlich bei null an? Sag bitte, dass ich wenigstens wieder drei... Ja gut, ich habe wieder Karren. Das ist ein bisschen schneller als eben, habe ich das Gefühl. Ja, ist definitiv ein bisschen schneller. Ja. Ja, das läuft echt nicht gut. Tschüss. Da, was siehst du denn? Was? Ich fange wieder ganz am Anfang an, das ist doch nicht wahr. Ja, wie soll ich das denn hinbekommen? Ich meine, ja, ich kriege jedes Mal drei Leben, aber hey. Oh Mann, ich will durch die Lava Stage... Dankeschön. Ich will wenigstens durch die Lava Stage durchkommen. Kann ich mir auch wieder einen neuen Card verdienen irgendwie? Naja, nun machen wir das halt nochmal ein, zwei Mal. Ich habe ja tatsächlich gerade sonst nicht viel zu tun. Das lief jetzt... Bei manchen Stellen frage ich mich, kann ich das irgendwie schaffen? Aber gut, wir sind... Wir haben... Ich habe gerade gesehen, wir haben oben die Anzeige an diesem Ding, wie nah wir an der Ziellinie sind. Okay, das haben wir relativ gut gemacht, hatte ich das Gefühl. Und ich will die Lava... Ich würde halt wirklich gerne dieses Lava-Ding nochmal ausprobieren. Okay. Ganz konzentriert. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben einen Großteil des Wegs schon geschafft. Und wir dürfen noch einmal versehentlich sterben. Ja, das... Lief jetzt alles nicht so gut. Aber jetzt müssen wir es geschafft haben, genau. Ich glaube, an manchen Stellen muss man wirklich sehr taktisch springen. Und das ist... Ich finde es schwierig, weil man eben diese Stage... Jetzt fangen wir halt hier nochmal an. Das ist... Also, nee, Quatsch, nicht hier nochmal an. Sondern wir müssen halt wieder von vorne. Okay, hier kommen wir jetzt durch. Und schon ist unser letztes Leben weg. Ja, und wir fangen... Okay, nee, weißt du was? Das lassen wir. Okay. Haben wir noch ein Minispiel gespielt? Meine Laune hat sich ein bisschen gebessert. Ich könnte nochmal mit Kent reden. Einfach weil... Wie so selten mit ihm. Ja, ein guter Tag zum Fischen. Das... Nein. Aber ich könnte tatsächlich an unsere Krebsreusen gehen am Strand. Das wäre eine Idee. Da bin ich... War ich da heute... Oder war ich da heute schon dran? Ach, Willy, geh weg. Ehrlich jetzt. Ich könnte auch... Hört uns aus. Die warme Sommerluft kann uns alle ein wenig schwinden. Äh, ja, nein. War ich an meinen Krebsreusen dran oder war ich an denen heute noch nicht dran? Ich glaube nicht, oder? Nee, da war ich heute noch nicht dran. Ach, Mensch. Ist doch alles gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Na, wie ist bitte hier mein Zehn? Wenigstens. Das hat funktioniert, dass ich da letztes Mal tatsächlich überall Köder drin hatte. Und dann schauen wir doch mal, dass wir es wieder nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehnmal Köder. Sehr schön. Ja, dann rufe ich jetzt mal mein Pferdchen. Wir reiten nach Hause und wie gesagt, ich mache ein paar Tage Aufnahmepause. Bitte, bitte lüncht mich nicht dafür, dass ich die Zeremonie nicht aufgenommen habe. Es war wirklich nicht geplant. Ich hatte eigentlich tatsächlich vor, einfach den Tag neu zu starten und dann vielleicht mit etwas... Ja, aber ich meine, ich habe es ja gesagt in der Folge davor, dass ich kurz unterbreche, weil ich mir was zu trinken hole. Und dann fing halt diese Zeremonie instant an. Praktisch sofort, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte. Und ich war nicht geistesgegenwärtig genug, wieder die Aufnahme zu starten, weil ich mir dachte, okay, wir fangen ja den Tag sowieso neu an. Es hat ja da gespeichert. Also nehmt es mir bitte nicht übel, es ist keine Absicht. Und ich glaube, ich bin mindestens so frustriert wie ihr und finde das genauso doof. Die Milch, da kann ich auch was draus machen. Müll habe ich jetzt wieder mehr als genug. So, dann packen wir einfach direkt mal das und das hier rein. Ja. Also ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin mindestens genauso... Ich habe vergessen, die Milch da rein zu tun. Ich glaube, ich bin mindestens so frustriert wie ihr darüber. Und deswegen, wie gesagt, ich höre natürlich nicht auf mit Stardew. Ich möchte wissen, wie der Alltag mit HW ist. Und ich will gucken, wir haben ein Kinderzimmer. Irgendwann werden wir wohl ein Kindzeugen, nehme ich mal an. Uh, Kinderzeugen. Aber nicht mehr heute, nicht mehr jetzt. Da muss ich tatsächlich mich erst so ein bisschen... Du nicht, du wirst verkauft. Du wirst auch verkauft. Und das Zeug hier, das wird jetzt einfach... Das werde ich morgen direkt in unsere Müll-Weiterverarbeitungs-Ding tun. Weg und weg, bitte. Dann hole ich jetzt nochmal unser... Es ist halt so doof, wirklich. Ich muss auch gucken, woran das liegt, dass ich... Ich hatte das ganz am Anfang, glaube ich, einmal oder so. Und ich muss tatsächlich gucken, woran es liegt. Ich war jetzt halt faul und habe das die letzten Mal nicht nachgesehen. Zum einen, weil ich dann eben wirklich es... Weil ich faul war und mir dachte so, okay, geht ja schon. Ist ja nicht so schlimm, wenn das dann immer draußen anfängt. Und zum anderen, weil ich es auch einfach dann wieder vergessen hatte, dass ich diesen Bug hatte, bis ich dann wieder im Spiel war. Na, mein Harvey? Du kannst heute Abend sicher eine gute Massage gebrauchen. Das verschreibt dir dein Arzt. Das ist gut für den Kreislauf. Okay. Ich gehe dann mal schlafen. Bettchen und so mit Harvey. Ja, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Und jetzt fängt es halt wieder an, weil, hey... Ich muss wieder rausgehen. Also ist es so doof. Okay. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann vielleicht ohne Unfälle. Und vielleicht werde ich diesen Bug hier wieder los. Wow. Wieso habe ich so viel Geld? Wegen dem vielen Trüffelöl. Richtig. Da war ja was. Mit dem Trüffelöl werde ich mir eine goldene... Es kann tatsächlich sein, dass ich die Schafe verkaufe und stattdessen Schweine hole. Einfach, weil es mehr Sinn macht. Es bringt uns mehr Geld ein. Werde ich aber mal gucken. Denn die muss ich dann natürlich auch erst wieder aufziehen und alles. Aber das sehen wir dann. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Bitte, bitte, bitte nehmt es mir nicht so übel. Es war wirklich keine Absicht. Und ich ärgere mich mehr als... Ich glaube, mehr als ihr. Ich bin nämlich jemand... Ich ärgere mich über sowas wirklich. Ich bin... Ich bin niemand, der Rage quittet. Aber ich bin jemand, der bei solchen Frustmomenten tatsächlich manchmal Spiele einfach weglegt und sagt... Tschüss. Ich will nicht mehr. Und ich muss mich gerade echt ernsthaft zusammenreißen, dass ich das nicht tue. Also... Es war schon hart, diese Folge aufzunehmen. Aber ich dachte mir, wenn ich das nicht mache, dann will ich das nächste Mal, wenn ich wieder aufnehme. Ein paar Tage später bin ich dann nur umso gefrusteter und so habe ich es wenigstens hinter mir. Auch wenn ich vielleicht ein paar Tage später weniger geschumpfen hätte. Aber die Frage wäre dann halt, würde ich überhaupt noch aufnehmen oder hätte ich dann nur einfach gesagt, Kommentar drunter, sorry, let's play beendet, ist ein Bug aufgetreten, Fehler, ich... Keine Lust. Das wäre einfach schade und das hätte das Spiel auch nicht verdient. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, das ist blöd. Dass gerade diese Szene nicht speichert. Also... Das ist total dämlich. Dass es genau an dem Tag dann halt irgendwie sich... Vielleicht, weil es mit dem Luau auf einen Tag zusammenfällt. Ich habe keine Ahnung. Nehm es mir bitte, bitte nicht übel. Ich wünschte, ich hätte zumindest ein Screenshot von dieser Zeremonie, weil sie war wirklich sehr süß. Und ich fand das wirklich schön, aber nicht mal das habe ich. Ich habe gar nichts davon. Ich habe keine Aufnahmen, ich habe nur meine Erinnerungen. Und leider kann ich euch die nicht zeigen. Also macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen versprochen. Nächstes Mal schimpfe ich weniger. Seht es mir dieses Mal nach. Ihr werdet vermutlich auch gefrustet, wenn euch das passiert wäre. Und wenn nicht, dann ziehe ich meinen Hut, denn dann seid ihr sehr viel bessere Menschen als ich. Also macht euch einen flauschigen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.